Ich möchte Ihnen nur eines sagen, was mir ein Benediktiner Pathos Göttweg gesagt hat über diesen Spruch, der Weg ist das Ziel. Der Weg kann nicht das Ziel sein, hat er gesagt, weil es gibt nämlich auch einen Irrweg. Und ein Irrweg kann nicht das Ziel sein. Und wenn man erkennt, man ist auf einem Irrweg, dann muss man umkehren. Und es gibt in Österreich offensichtlich noch immer zu viele verantwortliche Politiker, die glauben, dass dieser Irrweg das Richtige ist. Und wenn sie es schon zum Beispiel mir nicht glauben oder dem Gerald Groß oder anderen, die hier sind, dass es ein Irrweg ist, dann muss unter Umständen einer die Bevölkerung zeigen, ob es durch Wahlen ist, dass das falsch ist, auch durch eine Bundespräsidentenwahl. D'accord. Also wenn Kandidaten antreten und sagen, ich möchte zur Neutralität und wenn die Regierung das nicht macht, dann kann man diese Volksabstimmung schon am 9. Oktober machen. Und soweit jetzt. Also wenn man den Irrweg erkennt, bitte umkehren.